Durch dein Kreuz und Leiden, durch dein Sterben und dein Auferstehen, durch dein Kommen, das wir erwarten, Christus freie uns. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Heil. Der Verwandten oder Schulfreunde aufsuchten. Beim anschließenden Café im Elternhaus wurden Erinnerungen über die Toten ausgetauscht, Anekdoten über sie erzählt, gelacht. Der Verwandten oder Schulfreunde aufsuchten. Der Verwandten oder Schulfreunde aufsuchten.